Die beim Surfen auf jeder Website erscheinenden Cookie Banner sind wirklich extrem nervig und daher möchte ich euch gerne in diesem Video eine Methode zeigen, wie ihr die Cookie Banner ganz einfach auf dem iPhone automatisiert akzeptieren bzw. ablehnen könnt. Und sollten dich übrigens Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr die Cookie Banner ganz einfach auf eurem iPhone deaktivieren könnt und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Um Cookie Banner auf eurem iPhone, aber auch auf eurem iPad oder Mac automatisiert über Safari abzulehnen oder zu akzeptieren, benötigt ihr eine externe App, nämlich Super Agent for Safari, kann ich sehr empfehlen, nutze ich bereits seit einigen Jahren und die könnt ihr euch ganz einfach kostenlos auf eurem iPhone, iPad oder Mac herunterladen. Nachdem ihr die App heruntergeladen habt, solltet ihr diese einmal ganz kurz öffnen und dann können wir auch schon in die iPhone Einstellungen gehen und scrollen hier etwas weiter nach unten bis zu Safari und daraufhin erneut etwas weiter nach unten zu den Erweiterungen. Und hier finden wir dann einmal Super Agent for Safari, das Ganze können wir hier einmal aktivieren und daraufhin haben wir dann hier noch die Möglichkeit, das Ganze auf allen Websites zu erlauben, zu fragen oder nicht zu erlauben. Ihr müsst hier mindestens Fragen auswählen, um eben diese Funktion nutzen zu können, am einfachsten ist allerdings erlauben und diese App kommt aus den USA und dementsprechend werden eben auch Daten gesammelt. Ihr könnt euch natürlich einmal in den Privatsphäre Einstellungen bzw. Informationen im App Store über diese App etwas genauer informieren, wie ihr seht, bei den Zugriffsrechten werden unter anderem eben auch Telefonnummern und Kreditkartendaten etc. erfasst. Das muss aber nicht sein, dass die jetzt alle hier getrackt werden, diese Erweiterung muss eben diese Informationen hier angeben und natürlich müsst ihr am Ende selber entscheiden, ob ihr diese Funktion nutzen möchtet. Also das hier ist ein obligatorischer Text, der eben bei jedem, der diese Zugriffsrechte hat, hier erscheint, aber es werden jetzt nicht zwingend diese ganzen Daten gesammelt und wie gesagt, die App ist eben aus den USA und ihr findet nochmal im App Store hier in den Einstellungen unten auch noch einmal die Datenschutzhinweise. Hier könnt ihr etwas weiter nach unten scrollen und hier sehen wir dann mit dir verknüpfte Daten sind Kontaktinformationen und sonstige Daten. Da könnt ihr ebenfalls drauf gehen und dann seht ihr hier im Grunde genommen werden lediglich E-Mail-Adresse und sonstige Datentypen gesammelt und keine anderen Daten. Hier müssen die App-Hersteller eben immer einmal angeben, welche Daten denn überhaupt für die jeweilige App gesammelt werden. Nachdem ihr die Erweiterung in den Einstellungen aktiviert habt, könnt ihr noch einmal in die App gehen, denn hier haben wir jetzt die Möglichkeit einmal auf Whitelist zu gehen, um hier eben Webseiten hinzuzufügen, aber eben auch die Cookie-Einstellungen. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit Werbe-Cookies abzulehnen, dann haben wir hier die Möglichkeit funktionale Cookies abzulehnen, wenn wir das möchten. Die sollten in der Regel aber akzeptiert werden, damit die Website funktioniert. Performance-Cookies könnt ihr ablehnen oder sonstige könnt ihr ablehnen und hier könnt ihr eben ganz einfach wählen, was ihr möchtet, welche ihr abwählen möchtet bzw. ablehnen und welche ihr akzeptieren möchtet. Das heißt hier könnt ihr das Ganze einmal kurz und knapp konfigurieren. Wenn wir nun im Anschluss Safari erneut öffnen und eine Website aufrufen, wo ein Cookie-Banner erscheint, wie hier die am Anfang gezeigte, seht ihr schon, dass das Ganze jetzt automatisiert passiert. Die Cookies werden entsprechend akzeptiert bzw. abgelehnt, je nachdem, was ihr eingestellt habt und ihr müsst selber das Ganze nicht mehr machen, sondern es funktioniert hier jetzt vollautomatisch und ist auf jeden Fall im Alltag wirklich eine sehr, sehr praktische Möglichkeit mit Cookie-Bannern umzugehen. Leider funktioniert das Ganze aber nicht auf jeder Website, also wie ihr hier zum Beispiel bei Facebook sehen könnt, mit einem sehr nervigen und sehr großen Cookie-Banner. Da funktioniert das Ganze leider nicht, das heißt es ist nicht für jedes System ausgelegt, sondern eher für irgendwelche Standardsysteme. Hier in diesem Fall wird Facebook einen eigenen programmiert haben und dementsprechend wird der leider hier nicht erkannt und automatisch akzeptiert, aber grundsätzlich auf, ich würde sagen, so etwa 70% der Webseiten funktioniert das Ganze und ist daher auf jeden Fall eine Erleichterung, die ich sehr empfehlen kann. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses kurzen Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch helfen konnte, Cookie-Banner nun automatisch abzulehnen oder zu akzeptieren. Und wenn es der Fall war, dann würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir eure Meinung zu dieser App mal gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Dann sehen wir uns auch schon wieder. Vielen Dank.